Welche Frage hast du? Wie wird man reich eigentlich? Wie wird man reich eigentlich? Wie wird man reich? Immer in der Schule gut aufpassen. Oder wenn man Sachen verkauft. Nein. Ja auch, aber dafür brauchst du auch Schule. Wichtigste ist Schule fertig machen. Und nach Schule noch weiter studieren, da kann man viel Geld verdienen.